Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu 1.2777 mit mir, 1.97, nur 17, oder 17, äh, auch nur egal. Ähm, wir haben ja letztes Mal hier gefehlt. Hier ist alles steril. Wir wollen nämlich die Fruchtbarkeit Kaffee haben und ich versuche es jetzt hier zu verkaufen. Oh, danke, alter Mann, danke, alter Mann. Danke. Aber jetzt hast du schon mal viele Minuten gespart. Sind Sie angemeldet? Kaffee. Ja, ich kann es mir sogar noch leisten, meine Lizenzen. Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft. So. Ähm, dann machen wir ja einmal das. Und damit hätten wir schon mal eine neue Fruchtbarkeit verfügbar. Und damit hätten wir schon mal eine neue Fruchtbarkeit. Äh, ja, dann haben wir schon Carbon produzieren und jetzt dann noch... Ah, Mann, die Funktionsdrinks jetzt noch produzieren, was jetzt noch wahrscheinlich teuer wird. Werden wir wahrscheinlich in diesem Part schon fertig mit dieser Mission. Hoffen wir mal. Äh, das braucht... Na, hier poppern. Oh, scheiße. Shit, 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 shit. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Machen wir erstmal das. Nein, Straße, so nicht. Aber so. Na, so sagt das Haus. Ähm, dann machen wir einmal das und einmal das. Und jetzt wird... Jetzt werden Kaffee... ...felder... ...gebaut. Oder... ...Kaffeefarm gebaut. Dann machen wir einmal hier eine Straße hin. Und hier machen wir eine Straße hin. Oh, Mann, warum immer ich? Egal, äh, wir... Ach, nein, jetzt fehlt mir da wieder Carbon. Das gibt es doch nicht. Haben Sie dagegen keinen? So, Antwerp müssen jetzt die paar Häuser weg. Äh, Krankenhaus, wo bist du? Da bist du. Und hoffen wir, weil es hier so schnell weg ist. Ich hab's auch schnell gesagt, aber Antwerp passiert das hier wohl so nicht. So. Ähm, Carbon fehlt. Genau, Carbon. Die müssen wir hier beim alten Sack einkaufen. Och, nä. Lass das Haus einfach abfackeln. Die können nicht mal. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Jetzt wird's noch zu teuer. Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. Ähm, ist das Haus jetzt komplett abgefackelt? Nein. Immer noch nicht. Dagegen keine Medikamente? Achso. Ja. Mir egal. Sag mal, wie lange dauert das dann noch mit einer Krankheit? Krankheit weg. Krankheit weg. Habe ihm zwar gar nicht Bescheid gesagt, aber mir interessiert's. So, das Haus ist da auch fast komplett abgefackelt. Abgefeuert so haben. Mann, Mann, Mann. Es brennt, alles brennt. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. So. Ähm. Ähm, 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 wo war mir stehen geblieben? Genau. Hier sind wir stehen geblieben. Schon wieder 21 Tonnen Carbon. Alles im grünen Bereich. Jetzt wird's aber trotzdem mal schweineteuer. Nein, jetzt fehlt mir Werkzeug. Och, ne, so viel Pech kann man doch nicht haben. Aber. Aber, aber, wir haben ja noch ein wunderschbares Schiffchen. Das wieder einige Minuten gerettet hat. Naja, irgendwas für der alte Sack, aber mir interessiert's. Oder der alte Mann. Ähm, äh, da-da-da. Ja, schön ausladen. Da kommen wir schon mal gleich wieder mit einem neuen Nachschub an. 50 für 15 Stunden. Wunderbar. Dann dürft ihr dann das gleich auch wieder nehmen. Äh, yippie. Ja, ich glaube, wir werden doch in diesem Part noch fertig. Ich freu mich. Immer alle schön mitnehmen. Was müssen wir eigentlich dann noch bauen? 50 Forscher, eine Akademie und 1.500 von der Energie. Ja, mit diesem Part noch auf jeden Fall fertig ist das jetzt schon mal sicher. Ähm, Schiffchen, wo bist du? Was eigentlich immer so rast, aber jetzt anscheinend wohl nicht der Fall ist. Da ist es. 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 So. Na ja, das ging wenigstens schnell. So. Ich muss quasi überall gleich sein. Jetzt sag mir bitte, dass du, äh, mir Karbon verkaufst. Bitte, 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 bitte. AAAAAAAA. Nein. Aber denn hier noch. Von Scanner bis Sonar. Alles. Was führt sie zu mir? Zwei Tonnen, na ja. So. 50 Forscher, ich glaube, in einem Haus passen, äh, 25 Schreien, also Bomben und zwei Häuser. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Hey, gehen Sie damit gefälligst vorsichtig um. So, das reicht auch schon. Das ist ein interessanter Ansatz, den Sie da verfolgen. Ähm, damit hätten wir schon mal die Forscher erreicht. Wir brauchen dann einige... Ach, du heilige Scheiß. 10.000! Oh, God, oh, God. Ne, dann müssen wir etwas verkaufen. Wir müssen etwas wieder verkaufen. Ähm, Schiffchen, wo bist du? Schiffchen, da bist du. Oh, God, oh, God. Äh, dann nehmen wir mal wieder die ganzen Bauzellen mit und verkaufen die... Äh, dann... Nein, nicht Tilda, nicht Tilda, ja, na. Ha, ich bin gut. So, und dann kommt das Schiff da hin und dann packen wir auch irgendwie etwas dazu ein. Ich hab die letzten zwei Nächte durchgearbeitet. Schlaf wird definitiv überbewertet. Freu dich. So, dein einziges Problem ist eigentlich nur, warum steigen die alle nicht auf? Wollt ihr aber noch mehr Forscher haben, oder was? So, das reicht. Das reicht jetzt auch. So, dann wollen wir mal hier viel verkaufen. Mit Leuten wie wir kann man echt was anfangen. Ähm. Faszinierendes Ergebnis. Äh, tut, tut, tut. Nein, ich vertreibe hier ein bisschen mit... Ähm, ja, da verkaufen wir noch mehr, um mehr Kohle zu bekommen. Oh, 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 nee, 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 so viel auch wieder nicht. Dann nehmen wir mal Basalt mit und wir nehmen Kohle mit. Alles so verschiedene Sachen. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor. Haben die alles? So, Rohstoff niedrig. Was haben wir denn da? Kohle. Das brauchen wir aber noch. Hierfür nehme ich, für die ganze Energie. Ähm. Ähm. So, warten mal. Wie viel Energie hätten wir denn da? Achtung. 350. Wie viel brauchen wir? 1500. Oh Gott, oh Gott. Wie sollen wir denn das denn noch schaffen? Und dann nehmen wir mal der Bombe als Ziel hin. Da hat es natürlich der Platz, ne? Was denn sonst? Boah. Und das Spiel kann ich so sein Aufregen. Ich bin wohl, ich bin mal gespannt, wie es dann so bei der letzten Mission aussieht. Wie viel Tonnen haben? Oh. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach dem kurzen Cut geht es jetzt ja auch hier direkt weiter, denn das habe ich bis jetzt gerade noch gemacht. Ähm, ich habe bei mir bei Mr. Achso, das stimmt, das habe ich ja schon ausgeladen. Ich habe eben bei Mr. Form, äh, dieses Teil da gekauft, weil hier, äh, fast die ganze Kohle, Dings, leer waren. So, ähm, mal gucken, ob wir schon eine Akademie bauen können. Ja, können wir, alles wunderbar. Ja, zack, jetzt fehlt eigentlich nur noch 1500 Energie und wir sind auch hier mit einer Mission schon fertig. Ähm. Würde ich mal sagen, produzieren wir nochmal ein bisschen mehr Kohle. Ja, wir haben jetzt schon mal eine scheiß Ökobilanz, das sieht man auf jeden Fall. So, ich will jetzt hier noch in diesem Part fertig werden und das werden wir auch. Jetzt machen wir jetzt hier alles schnell, schnell. So, einmal bitte umdrehen, Dankeschön. So, äh, eins und zwei und, na komm, drei und, vier, fünf, sechs, da fehlt mir wieder Dings. Da ist das Werkzeug. Da würde ich mal sagen, let's shoppen. Oder nein, wir können ja einfach... Da hat es sich holen. So, äh, wo ist das andere Schiff? Nein, nicht das, sondern... Ach, da warst du gerade noch. Diese Waren werden Sie garantiert voll anbringen. Äh, nein, du kannst hier nach Hause fahren. So, da packen wir alles mal da rein. So, warte mal, wie viele haben wir denn jetzt da? Eins, zwei... Ja, da kommt's aber schnell an, hier, ne? Obwohl, ha, 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 wir können damit ja viele Kohlekraftwerke vermeiden zu bauen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir. Also bauen wir hier auch nochmal sechs. Eins. Ja, da fehlt natürlich wieder Werkzeug. So, äh, da haben wir anscheinend so alles voll. So, sechs hat... äh, zwei, vier, sechs, ja genau. Da bauen wir nochmal sechs da hin. Oder drei. Ich glaube, damit haben wir die Insel schon mal genug verpestet. So, äh, hydroelektrisches Kraftwerk wollte der mir anbieten. Achtung, Carbon und sechs Tonnen. Funktionen ist... Essen. Achso, pro Insel. Ja. Haben wir denn hier wenigstes genug Funktionen? Oh, ja, auf jeden Fall. Ähm, laden wir einfach erstmal alles aus. Und, äh, sechs mal drei, lass ich kurz reichen, sind 18, also nehmen wir mal 20 Tonnen mit. Und, äh, acht mal drei, 24, 24 Tonnen Carbon. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Aber die Zeit tickt. So, wie viel Energie haben wir denn hier schon? Wir haben da 600... Ah, das steigt ja. Was kann SAAT für Sie tun? Ich will Carbon. Ich will jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Ja, so, gucken, können wir jetzt schon mal direkt an diese Insel mal ein bisschen suchen. Noch mal, dass das direkt ist. Und, und, schon einen Moment. Was war das denn? Ha, 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 direkt gewonnen. Wie witzig. Machen wir es kurz. Ja, und der Wissenschaftsrat ist... Ja, da ich ja vorher so viel Pech hatte, habe ich jetzt halt Glück. Hohohoho, haben wir hier eine scheiß Bilanz. So, ähm... Das Schiff brauchen wir nicht, also abreißen. Das kostet unnötig für Bilanz. So, meine Freunde. Wir können... Nein, können noch nicht. Noch nicht. Nein, falsches Gebäude. Äh, richtiges Gebäude. Wir können jetzt endlich ein hydroelektrisches Kraftwerk bauen. Ja, können wir. Wie viel Energie haben wir denn jetzt da? 1.200... Ah, ha, ha, da fehlt noch ein bisschen. Bauen wir nochmal 2 hin, würde ich mal sagen. Das müsste dann aber auch reichen. Ach, jetzt habe ich sogar noch eine Minusbilanz. Oh Gott, oh Gott, das wird hier aber nur ein Spannmittel. Bilanz noch plus 1. Hohohohoho, das wird immer besser. Äh, wie viel Energie haben wir denn jetzt hier? 1.000... Ach, Leute, das gibt's doch nicht. Nach logischen Gesichtspunkten sollten Sie diese Aufgabe... 6 Tonnen Carbon. 6 Tonnen Carbon. Ach, schon wieder mehrere Inseln. Ne, darauf habe ich jetzt aber keinen Bock. So, verkaufen wir nochmal lieber. Wir haben jetzt nämlich sehr, sehr wenig Geld. Oh, der gibt ja gar nicht so viel für Funktion als Essen. Dann bitte entschuldigen. So, 10.000, damit hätten wir jetzt auch schon mal wieder eine sichere... sichere viel Geld. Ja, 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 alles ruhig. Ah, 1.400, 1.300, 1.400. Ich glaube, wir brauchen noch 2. Jo, wir brauchen noch 2. Minus Bilanz. I coming. Och nein, du scheiß Teil da. Du sollst dich da so stehen. Du sollst so und so stehen. Und dann das und das hinbauen. Ja, Minus Bilanz. Wunderbar. Das wird immer ein spannender... ein Sport. So, liebe Leute, ich brauche... endlich so viel Energie. Das gibt es doch nicht, dass man so viel Energie braucht. Weg damit. Meine ganze Forschung! Alles. Oh, mein Gott! So, 1.500 baue ich insgesamt. Es fehlt nicht mehr viel. Komm schon! Was ist das denn für ein Schiff? Ja, genau. Wir können ja einfach... Carbon stilllegen. Aber jetzt war immer noch eine Minus Bilanz. Was können wir denn sonst noch stilllegen? Genau. Wir können ja einfach das alles hier stilllegen. Und das stilllegen. Und das stilllegen. Und das und das und das und das. Und siehe da, wir haben wieder eine Plus Bilanz. Werkzeug brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. So, jetzt haben wir auch wieder eine Plus Bilanz. Ähm... Ja, es fehlt nicht mehr sehr viel. Gut. Das sind die letzten Minuten dieser Mission. Ich bin glücklich, dass wir eigentlich diese Mission fertig haben. Ja, danach müssen wir noch drei Minuten das durchhalten. Und dann haben wir es. Dann müssen wir noch etwas einstellen. Weg damit. So, das Ganze jetzt nur noch drei... Na. Noch zwei Minuten, 20 Sekunden durchhalten, dann... Sind wir eigentlich fertig. Vier Parts, damit habe ich auch gerechnet. Nein, was ist das denn? Wir sollen mal da wieder wenig Bilanz... Oh, nein, 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 nein. Also, Grafler Haken, da ist wieder... Gefailt. Oh, Mann. Oh, mein Gott, da muss man die Insel nochmal verpesten. Oh, kommt schon. Ist doch... Ist das immer so schwer? Was für ein Kraftwerk hat denn verkannt? Das war es nicht, das war es auch nicht, das auch nicht, das auch... Oder doch, das hat verkannt. Und vor allem das, ja. Da bauen wir für dich dann nochmal eine extra Kohlekraftwerk... Oder Schoffelradbagger bauen wir dann nochmal extra für dich. Nur weil er zu blöd ist, um genug Energie zu produzieren. Ja. Ach, nee, das gibt es doch nicht. Ausschalten, 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 ausschalten und nochmal ausschalten. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, anscheinend kriegt er ja auch jetzt wieder genug Kohle. Und... Ja, machen wir kurz mal hier einen Glatt und wenn das hier dann vorbei ist, dann komme ich wieder. Das ist gleich, ich bin wieder zurück, denn das hat doch jetzt nicht so lange gedauert, also war das Kapp unnötig. Ähm, es sind jetzt nur noch wenige Minuten oder Sekunden, so wie man es ausdrücken will. Es dauert halt nicht mehr lange. Äh, eigentlich nur 45 Sekunden jetzt. Wunderbar, ich bin glücklich. Ähm, ja. Wenn es noch schnell ergeben würde, bin ich noch zufriedener. So. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. E.T.O. ist Ihnen zu großem Dank. Ah, fertig, geht doch. Mann, das war so eine dumme Mission. Fantastisch. Es ist Ihnen gelungen, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Dank Ihnen können wir nun die Quelle der Fehlfunktion weiter eingrenzen. Die ersten Ergebnisse sehen bereits sehr vielversprechend aus. So, damit hätten wir auch schon mal diese Mission geschafft, nach der eigentlichen von Jahren. Ja, wir geben das natürlich S.A.T. 200 Karrierepunkte, nicht schlecht. So, gehen wir mal kurz mal auf die Grafik. Wir gucken dann mal Ökobilanz. Ja, sie sank und sank und sank. Das sah man auf jeden Fall. Vermundsbilanz. Mal gut, mal nicht gut. Und, ähm, ja, das war es jetzt auch von mir. Ich fahre schon mal auf die nächsten Mission. Auf Wiedersehen.